Victoria, die junge Königin, Originaltitel, The Young Victoria, ist ein britischer Historien- und Liebesfilm aus dem Jahr 2009, mit Emily Blunt und Rupert Frendt in den Hauptrollen. Der Film beschreibt die Ereignisse vor und während der Krönungsfeierlichkeiten von Königin Victoria sowie ihre ersten Regierungsjahre und die Romanze mit Prinz Albert in den 1830er Jahren. Er wurde von Martin Scorzese, Cremking, Sarah Ferguson und Tim Herdington produziert. Die Weltpremiere war am 3. März 2009 im Electric Palace in Britport, Dorset. In den deutschen Kinos startete der Film am 22. April 2010. Der Film erhielt einen Oscar in der Kategorie Beste Kostüme.